Das geht zu einem neuen Video. Zusammen mit Jason. Nee. Doch. Du darfst sagen, macht Spaß. Ja. Lass ein Abo und ein Like da. Und Block aktivieren. Ja. Genau. 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 Hey, vielleicht bekomme ich heute die Better Pass. Nice. Dann mal. Ja. Ja. Es sind zwei Monate keine Videos weggekommen. Das ist. Deine halt. Ico. Play. Ico. Play. Kappa. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich Abos Schluss gemacht habe. Danke. Okay. In der Videobeschreibung ist ein YouTuber verlinkt. Der hat 26 Abonnenten. Der heißt Schottke More. Guck mal vorbei. Eigentlich habe ich auch gestern mit ihnen eine Aufnahme gemacht, aber die ist kaputt gegangen. Was ein. Was scheiße war. Irgendwann hat sich immer versucht aufzunehmen, was ging nicht. Einmal zu positioniert, aber dann ist es kaputt gegangen. Irgendwieso. Ja. Aber dafür ist er in der Videobeschreibung verlinkt. Guck vorbei. Asnabula. Bei ihm. Ohne nicht. Es. Es. Da wo. Wo geht es denn? Lazy. Kaffee. Ja. Ich bin total ... Ich bin total ... Davor vor mir. Das ist Lagensperiet. Die Markierung, die fact. Liebe hin. Jungen. 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 Rauf. Jungen. Äh. Ich habe jetzt dieses G� gischling. Ich weiss nicht, aber der hat und was. Es. auch aber ich bin den gar nicht ich finde ihn lustig guck mal zick bewegt automatisch leute was ist denn? ja guck mal mein Ape man was? ein sie boxen ok das war trolling die die geht jetzt so kaputt das ist so wusser das so komm komm das war eine Waffe für mich ich hab noch nichts gefunden na ja die sind nicht so oder so so da da um so eine chest das am ende flexiert alle mit der pistole weg hm garten guck mal zick da sagt das nicht so ne ich weiß nicht ob ich auf 4T wechsle wegen karen 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 das kann ich sagen dass er bei dir ist ich dachte der weil ich hatte ein Gerber der als Nate war gerade unten deswegen ich dachte der war doch boah euer Runde was machen die da das ist noch zu sehen ganz spart aber haben Probleme oder so ich habe eine Aggression Aggression I have strike ist da ja kein Parra ist da ja nein ich habe keine Corona dies denken ich weiß nicht mal wie lange das Video geht ich habe ich habe ich habe sie ist das entgelegt das ist nicht viel den dieser hat auch gehofft st schweiz eine runde so guckt man kennt ihn man kennt den hausen ich habe versucht meine wette so heilt wie möglich zu stehen haben wir schon auf 40 versucht aber es bewegt immer noch nicht immer immer noch leute ich weiß nicht was jetzt ist der einzige weg ich wurde nicht gekickt nein kann ich dieses das ist ein passives rename und ihm geht auch voll in der fernung das ist ein lost oder boogie das mein kipp das mein kipp das mein kipp 8 ich gehört 300 kids 3 er macht da der spielkartner ja ja noch nicht mehr der Zahnbieter es gibt die ich will ich halte gar nicht nicht er er hat mich gemacht und er so schuldig auch und das der Welt er hat hier noch ein gegner keine Waffe jetzt kommt vielleicht ein Montagevideo aber noch vielleicht nur wenn wir auf dieses Video 10 Likes machen oder mehr oder 15 wir sind ja schon wir haben schon 4 Abonnenten 15 Abonnenten kommt ein Montagevideo oh ich wusste gar nicht das ein Helikopter ist wahrscheinlich vielleicht 10 Aufnahme Vorteil macht kein Auge ich habe mich auch nicht gegen ich habe mich auch nicht gegen gelesen weil er fernig spielt Brach ich habe jeden Gegner gegen gelesen guck mal und das sagt ich schieße auf den Helikopter Dankeschön dass er nichts hat ja ja ich bin ein böse Likes verjahre ich bin hier auch gar nicht sehr geil aber klar dass man hier keine Likes schießen kann aber das ist Schießen Schießen und die dann fällt und dass er schießt aber der der kann schießen aber der Ich meine, der wird gut. Ja, aber wann kann der nicht? Der ist jetzt gefeiert. Ah, doch, doch, doch. Ey, lande erst auf den Helikopter. Oh, ich bin sehr gut ausgewertet. Ah. Da kann ich aber auch. Kann ich alles. Lass. Ich wechsle auf PC. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir sind. Aber ich habe direkt jetzt keinen Bock mehr. Eine Runde geht zurück. Wenn ich die Runde verkacke, dann beinde ich das Video. Wenn ich einen übrigen Sieg hole, dann gut für euch. Dann ist das Video vorbei. Finde ich auch, wie viel einfacher zu schicken. Manche Videos aufzunehmen. Bra. Ja. Oder weißt du, wisst ihr was? Ja. Nix. Eigentlich. Ich habe auch einen Plan. Äh, ja. Wenn ihr beidritten wollt, schreibt unten in die Kommisse. Ja. Ja. Ich würde dann sagen, das war's mit dem Video. Abonnieren. Like. Liken. Blog aktivieren. Und vielleicht teilen. Und schreibt. Wenn ihr es bis hierher hingekommen habt. Hashtag. Kartoffelbrei. Und schaut unten bei Schottke More vorbei. Also. Boah. Aber. Schaut vorbei.